ein wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin mit einem neuen video das wird jetzt nur eine kurze zusammenfassung und gleichzeitig eine ankündigung ich habe eine anfrage bekommen über ein paar produkte ob ich darüber ein video machen wollen würde dann natürlich sagt wenn für meine abonnenten ihr winnspiel drin ist und da haben sie natürlich auch gleich ja gesagt diesmal wird es aber ein bisschen anders sein weil es mehrere produkte sind deswegen dieses ankündigungs video und ich zeige euch erstmal schon was alles mit bei ist und dann wird in den nächsten tagen also alle zwei tage wird ein video kommt zu jedem produkt und in jedem video habe ich mir so gedacht werde ich einen buchstaben verstecken mitte ende irgendwo dazwischen vielleicht auch in der endcard oder vielleicht gleich auch gleich am anfang ich habe noch keine ahnung macht das einfach wahllos je nachdem wie lange das video ist diese buchstaben müsst ihr sammeln und dann ergibt das ein wort ich werde auch wieder ein google doc dokument machen das werde ich euch auch unten drunter verlinken da geht ihr rauf da steht dann antwort da schreibt dann eure antwort drauf und dann natürlich halt name adresse und youtube name naja dassigkeit weiß von wem das da ist dass ich euch dann halt auch sagen kann hier ja und dann werde da mal wieder eine verlosung also mit dem zufalls generator lose ich dann aus wer gewonnen hat und dann könnt ihr dann benachrichtigt euch und dann könnt ihr euch ein produkt von diesen produkten auswählen vielleicht mache ich das auch schon gleich im google doc dokument wenn das funktioniert so mit einer auswahl nummer eins und nummer zwei weil ich habe das mit denen jetzt so abgeklärt dass wir das so machen dass der gewinner sich ein produkt von diesen produkten auswählen kann und der hat gesagt wenn das aber nicht da ist wäre halt gut wenn noch ein ausweichprodukt mit bei wären also ihr sollt ein produkt nennen was ihr unbedingt gerne haben wollen würdet wenn das nicht da ist ein zweites produkt wenn das erste halt nicht da ist was ihr dann nehmen würdet so wird es ablaufen ja wie immer ich fange ein video zu machen und der fette kater kommt der hat die ganze zeit auf dem kratzbaum gelegen und die pennt da war nichts zu machen ist auch ziemlich warm heute hier jetzt mache ich video und er kommt nicht und schnurrt so aber nichtsdestotrotz fangen wir einfach mal an ich ehrlich gesagt ich weiß auch noch gar nicht welches gewinn wort ich nehme also ich werde das alles beim bearbeiten einfach mal so spontan entscheiden und erst mal gucken wie viel video des videos wird dass ich halt dann halt die noch buchstaben habe oder auch mal ein punkt oder sowas da habe ich dann einmal oder doppelt sogar gekriegt von unicom unicom eine steckdosen leiste aber eine flexible die gibt es in weiß die gibt es in schwarz und da ist hier kein bild drin ich habe eigentlich im bund die sollen für das kinderzimmer sein ja die bin ich richtig große rein dass da ein bisschen farbe in ihr zimmer kommt jetzt hat jetzt eine schwarze steckdosenleiste und ein bisschen farbe werden also so eine große vierecke mit und da ist dann halt sowas wo sie ein bisschen variieren kann länglich oder als würfel oder so weil du kannst du halt komplett werdet da im video sehen könnt ihr komplett verformen also klicken und so ich will aber hier noch nicht so viel zeigen damit erhalten damit auch die videos dann guckt nicht nur wegen dem gewinnspiel so da soll halt ein bisschen farbe in josie zimmer ich habe jetzt nur kurz mal rein geguckt ich habe hier noch nichts aufgemacht so dann haben wir hier einmal die stand gar nicht auf meiner liste eine wasserdichte wlan steckdose cool also die stand nicht auf der liste was sie mir geschickt haben aber so eine einzelne wasserdichte wlan steckdose ist nicht schlecht zwei stück sind so hier drin könnte man auch bei meiner mutter ran machen da würde die sich bestimmt freuen so dann haben wir hier ein karton zweifach usb adapter steht aus und ran ich glaube der soll aber eigentlich nicht da drin sein das ist ein stecker ein adapter stecker also ganz normal stecker mit zwei usb steckplätzen dann kriegt dann auch sein video und dann haben wir hier so eine ja das ist halt mit stecker und dann derzeit zweimal usb ich will aber halt hier noch nicht so viel verraten oder er hörte dazu davon habe ich auch zweimal die sind auch farbig nicht gehören also der gehört nicht dazu der muss da wohl muss wohl fehler sein oder er kommt ja direkt von amazon oder von amazon irgendwie fehler keine ahnung so was haben wir hier noch das wort schwere vier fach schuko adapter vier fach schuko adapter ach ja das sind die anderen steckdosen die kann man individuell anpassen also ich in verschiedenen farben ort der voll schmack ja das sind zwar vier aber die kann man koppeln so wenn ich das richtig gesehen habe da bin ich mal gespannt die haben mich sehr neugierig gemacht deswegen auch zwei wie viel man koppeln kann und bei dem bei dem usb adapter da will ich halt einen also eine packung kriegt josie rein mit verschiedenen farben und eine kommt hier ins wohnzimmer eine halt an couch ja weil die schneller sind als die standard usb und dann brauche ich halt noch nicht den adapter von handy dann kann ich es gleich da rein machen den usb kabel und eben auf dem pc weil da fehlt mir auch noch usb für strom halt das ehrlich gesagt wartet auch schon mehr ist da jetzt so gar nicht drin also da wird es jetzt also ich werde jetzt nicht zu jedem karton ein video machen also natürlich zu jedem produkt welche video machen aber jetzt nicht wenn du das produkt zu bei ihr seid zwei videos nicht auch gott leute es heute wieder richtig heiß und draußen gewittert so richtig richtig heiß so das soll jetzt aber für die ankündigung auch gewesen sein wenn es euch gefallen hat däumchen werden träumchen wenn ihr fragen habt in die kommentare posten wie gesagt das ist jetzt nur das ankündigungsvideo und wenn ihr das seht wird dann ab über morgen alle zwei tage wird ein video kommen das sind dann 1 2 3 4 jetzt machen wir zu den anderen vielleicht auch noch werden so um die fünf videos werden und ja da werde ich dann buchstaben drin verstecken und dann habt ihr ja ich werde es dann auch in die beschreibung schreiben wenn das letzte video da ist also die buchstaben weg ich denke mal ich werde die auch in reihenfolge machen oder durcheinander ich denke mal ich werde es dann in reihenfolge machen und muss auch kein wort ergeben kann auch eine buchstaben kombination sein also nicht dass er denkt da gibt es dann irgendwie ein wort oder so das mache ich dann halt vom zufall abhängig ich habe ja einen zufalls generator kann ich kann ich spuck mir mal fünf buchstaben aus oder so ist alles machbar ja und die müsst ihr dann sammeln wie gesagt wird dann alle drunter stehen schicken notieren und dann wenn ihr ausgewählt werdet deswegen auch e mail adresse dass ich euch benachrichten kann die adresse ist deswegen das geht dann ans unternehmen die das hier mir geschickt haben und die schicken euch dazu also geht nicht zu mir und ich schicke euch dazu das macht das unternehmen schickt euch direkt zu deswegen eure adresse ich bitte euch aber auch drum weil ich werde euch auch kontaktieren also ich werde eine e mail schreiben herzlichen glückwunsch du hast gewonnen du hast gewonnen und ich gebe jetzt das weiter und dann werde ich auch hinschreiben bitte melde dich sobald es da ist weil ich behalte die Daten solange bis ich weiß dass es bei dir richtig angekommen ist und dass es da ist dass ich das halt immer noch als beweis habe du hast gewonnen und das halt belegen kann und ja danach wird es natürlich ihr löscht das Dokument komplett weg also ich sammle da keine Daten oder irgend so einen Scheiß das ist halt einfach nur temporär für die ich weiß es nicht ein oder zwei Wochen wo das Gewinnspiel geht das werde ich euch dann noch mitteilen das steht dann halt auch in der Beschreibung vielleicht auch hier unten schon drin und dann ja wenn das dann vorbei ist dann warte ich halt dann ist das beendet dann werde ich euch sagen dann werde ich auch denjenigen wie gesagt anschreiben hey Glückwunsch du hast gewonnen und bitte ich schicke die Daten weiter bitte melde dich wenn es bei dir richtig angekommen ist ok so das soll es jetzt aber auch dazu gewesen sein wenn ihr noch Fragen habt in die Kommentare posten wir sehen uns bis dahin Ahoi sagt euer Odin 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 Odin